Amen, da fackel ich lieber noch ein bisschen. So, so. Gut, der Gang geht. Da ist nicht ganz so viel los. Und schaufel ich hier weiter, äh, hacke hier weiter. Um an meinen wertvollen Kobbelstern zu kommen. Ich würde sagen, das reicht sowieso immer noch nicht. Aber was soll's, das kriegen wir auch noch. Und Ideen für die Räumlichkeiten habe ich noch nicht, aber das kommt sicherlich auch noch im Laufe der Zeit, wenn ich hier baue. Da kommen wir die letzten Folgen in der alten Welt so in den Sinn. Da habe ich eigentlich so ziemlich dasselbe gemacht. Da wollte ich eigentlich eine Steinmetzhöhle bauen oder so. Ich kann mich ja stundenlang amüsieren, nur Stein aus der Wand zu kloppen. Keine Ahnung, das hat irgendwas Beruhigendes. Mal von einem gestressten Arbeitstag. Oh, ich verdresche jetzt Steine. Kiloweise, wie so ein alter Karate-Fuzzi. Wenn da geht was. So. Wie lange nehme ich schon wieder auf? Das ist eine gute Frage. Eigentlich noch nicht so lang. Aber ich will ja auch noch nicht aufhören. Ich bin nur am wundern, wie lange ich schon wieder aufnehme. Da bin ich immer ein bisschen planlos. Zum Glück kann ich bei Minecraft permanent auf die Uhr linsen. Weil das Ding ja keinen richtigen Fullscreen hat. Das war schon der ganze Screen belegt, aber halt einfach nicht richtig. Man sieht halt immer noch die Startleiste. Das ist auch cool. Weil Minecraft doch so ein Suchtpotenzial hat, da ist es besser, wenn man permanent die Uhr sieht. Das könnte mal schnell böse ausgehen. Oh scheiße, wo ist die Zeit hingekommen? Ich habe jetzt zehn Stunden lang Minecraft gezockt. Ich bin so im Arsch. Ich habe sogar aufs Klo-Game vergessen. Ich habe mir sogar in die Hose geschissen, deswegen. Nicht, dass ihr jetzt meint, das war schon so. Aber jeder, der Minecraft spielt, wird sicherlich das Phänomen kennen. Ach, das will ich noch schnell machen. Ah, und das will ich noch schnell machen. Und das natürlich auch noch. Das ist Hammer. Und dann hast du doch nochmal zwei Stunden gespielt. Weil du das nur noch schnell mal machen wolltest. Und das ist einfach so ein Phänomen für Minecraft. Das ist... Das kann nur Minecraft. Glaube ich. Ich hätte zumindest noch kein anderes Spiel erlebt, wie ich das geschafft hätte. So, Punkt aus. Jetzt sind wir Minecraft genug geschwärmt. Weil irgendwann kotzt es euch auch an. Ihr schaut ja das Let's Play eh schon an. Weil, weil euch Minecraft eh gefällt. Also, da muss ich euch nicht voll schwallen, wie gut Minecraft ist. Weil das weiß eigentlich heutzutage eh schon jeder, wie geil Minecraft ist. Außer die paar Leute, die hinter einem Stein leben. Die gar nichts mitkriegen von der Welt. Oder die einfach keine Zocker sind. Und man kann... Darf sich definitiv nur Zocker nennen, wenn man wirklich Minecraft kennt. Weil halt so... Oder momentan geht halt nichts mehr über Minecraft. Ah gut, es... Es nimmt schon langsam ab. Der ganze Hype und so. Es nimmt ab. Muss man sagen. Aber das ist ja eigentlich jedes Mal mit Spielen so. Wenn sie draußen sind, ist der Hype weg. Und diesen Status hat halt jetzt... Oh mein Gott, Minecraft auch erreicht. Dass er endlich... Dass er endlich fertig ist. Und ich bin hier auch fertig. Hat auch natürlich passieren, dass es auf einmal... Flaute herrscht. Gut, es wurde auch schon... Zwei Jahre lang... Intensiv, sukzessive geliefert. Gespielt. Von der Alpha weg. Das ist ja... Ich glaube, so viele Leute haben noch nie eine Alpha getestet. Wie bei Minecraft. So. Und da habe ich natürlich wieder Kobbels. Für mein Häuschen. Schneiden wir mal was gefressen. So. Ist hier noch ein bisschen gefährlich, ne? Ich bin ein Depp. Wisst ihr das, dass ich ein Depp bin? Aber so ein richtiger Depp. So. Muss ich hier nochmal gucken. Ah, waren nur zwei. So. 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 Machen wir hier wieder zu. Dann machen wir auch mal dicht. Ich hätte mir noch eine Spitzhacke machen sollen. Und dann fällt mir gerade auf. Weil ich ja wieder so fähig bin und hier Steine verkehrt setze. Und das nicht gerade wenig. So. Dann geht es hier nochmal abwärts. Das geht ziemlich abwärts mit dir, Junge. So. Alter, wie oft habe ich das jetzt schon gehört? Weiter. Zurück zum Spiel. Passt doch. So. Zack, zack. Zack, zack. Machen wir gleich wieder zwei auf Vorrat. Hm, Eisen könnte ich mal wieder brauchen. Wäre nicht so schlecht. So. Machen wir hier wieder auf. So. Dass hier die Luft ein bisschen zirkulieren kann. Immer diese abgestandene Luft hier. Ist ja auch nicht schön. Was mache ich hier für Penisse schon wieder von der Decke? Alles hier so schlaffe Teile. Ah, ich glaube ich habe es mit Minecraft in den Griff gekriegt, dass es nicht mehr ruckelt. Bis zum nächsten Update. Dann ruckelt es wieder vorn her. So. Muss ich hier an die Kiste. Meine, meine, leider. Gepackt. So. Jetzt gucke ich mal von außen. Ich glaube ein oder zwei Stockwerke dürfen noch rauf. Bevor hier mal richtig so fertig und so. Leider. 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 So. Nicht, dass ich hier runter klatsche. Wie ich es gern mache. Zack. Zack. Nein. So, so. So. Zack, zack, zack. Na. Ich habe es heute mit einem Schnellbau nicht einfach drauf. So. Äh, einfach nicht drauf. Nicht einfach. Nicht einfach drauf. Einfach nicht drauf. So heißt es. Alter. Bist du unfähig. Selbst zum Scheißequatsch bist du zu blöd. Ich meine jetzt mich selber. Nicht, dass sich irgendjemand angesprochen fühlt. Das wollte ich jetzt auch nicht. Damit bezwecken. Da liegt auch so viel Kies rum. So. Zack, zack. Türmchen gebaut. Reingehaut. So. So. So, 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 so. Da ist auch schon wieder Koppel durch. Ein Stack. So. Da gehörst du ran. So. Welchen habe ich hier schon wieder versetzt? Das geht ja mal voll nicht. Es geht so nicht. Und auch ganz anders nicht. Da, 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 da. Und ich kriege gleich abstehende Ohren vor Hass. Ne, der ist eh richtig. Haha. Ich habe einen Humor gebaut. Voll den fetten Humor habe ich gebaut. So. Ich könnte ein Stockwerk tiefer noch gehen und ein paar Fackeln platzieren, weil sonst wird es ein bisschen dunkel. Und ein bisschen gefährlich. Nee, da kommt hier über die Tür die Fackel. So, dürfte reichen. Dann geht es hier wieder hoch. So. So. Es war... Fuck. Ich hätte mal merken dürfen, wie ich die Dinger gesetzt habe. So hier. So hier. So hier. Nee, so nicht. So schon mal nicht, Junge. Das kannst du dir sofort abschminken. Dass du das so machst. So. Nach dem Stockwerk darf ich mal wieder gucken gehen. Ob es passt oder nicht. Aber es wird schon langsam. Sehr interessant. Hier dann noch das ganze Zeug mit Leben füllen. Das wird schon eine Aufgabe werden. Ist ja nie so einfach, so ein Häuschen mit Leben zu füllen. Ich habe eigentlich immer voll die Probleme. Ein Haus baue ich schnell. So ist es nicht. Aber das dann mit Leben füllen. Was nicht so leer aussieht. Habe ich echt meine Probleme ab und zu damit. Nicht nur ab und zu eigentlich fast immer. Und ich verbrate hier schon wieder so viel Cobblestone. Aber hier wird dann noch nach und nach gebaut. Scheiß auf Cobblestone. Wenn es ist, dann holen wir uns wieder welchen. Muss ja auch sein. So. Vier Leitern habe ich noch. Pump, pump, pump. Pump. Genau ausgegangen. Mal in die Tiefe. Lass mich raus hier. Vorsichtig gucken nicht, dass doch irgendwas um die Ecke geschissen kommt. So. Da habe ich schon wieder einen Scheiß gebaut. Sehe ich gerade. Na, voll doof. Muss ich da nur irgendwie gucken, dass ich hier hochkomme. Ach ja. Ich muss hier einen höher. So. Da. Erstmal den Scheiß ausmäkeln. So. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt würde ich mal sagen, kommt das letzte Stockwerk. Hoffe ich mal. So. Nein. Ich bin so unfähig. So. Komm her. Danke. Ich glaube, nach dem Turm werde ich mich mal wieder anderen Sachen widmen. Nicht, dass ich hier jetzt die ganze Zeit hier rumbaue, nur an dem Ding hier. Also, sonst müsste ich anderen bauen. Cobblestones Farben bauen. Cobblestones Farben bauen. Cobblestones Farben. Das ist ja, mh, bäh, semi-scheiße. Na gut, ich kann ja das Ding dann noch mit Leben füllen, wenn ich fertig bin. Aber die Zinnen werden dann noch tricky. Also, da sind wir schon ein bisschen beschäftigt hier. Ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme noch alles fertig stelle. Aber spätestens, wenn mal der Cobbel ausgeht, lasse ich es für heute. So. Und was? Ja. So. Bis zum nächsten Mal.